Okay, was geht ab, Leute? Seid ihr ready oder wa? Bicel gegen Splash Match. Und das ist das Re-Match, sozusagen. Hatten wir schon, nämlich. Was geht ab, Coop? Ja, genau, das hatten wir eben schon. Irgendwo in der Semi-Final. Es war auch schon Best-of-Five. Da sah es ganz danach aus, als ob Bicel 3-0 wird. Aber dann hat Bicel irgendwie nochmal Turbo-Modus eingestellt. Und hat 3-2 gewonnen. Crazy Turbo-Modus, oder? Das war ganz, ganz crazy. Mal gucken, ob er das jetzt so fortführt hier. Bisher. Ja, was heißt das? Aber es ist schon jetzt noch nicht so ganz eindeutig. Bicel hier in einem leichten Beat. Ey, watch out. Läuchte ich eigentlich auf meinem Kopf? Ja. Ja, okay. Mich solltest du gut hören. Ich kann dich nicht so gut hören. Ich glaub, das ist ein bisschen höher oder so. Ey, soll ich dir mal da reinhauen? Nein. Ist das nicht gut? Nein. Okay. Okay. Dann schauen wir doch mal, was hier passiert. Ahhhh. Okay. Boah, tschüss. Ich glaub dir, das Buch ist grad weggeflogen. Dose. Boah. Er ist doch immer wichtig, ne? Schauen wir mal, was wird, ne? Oh, wow. Das hätt ich überhaupt nicht kommen sehen. Das hab ich nur einmal, das erste Mal jetzt grad gesehen vom Beiße. Ja, muss mal genau mit schauen. Yeah. Crazy. Erster Slot an Splash, äh, an Beigel. Von Splashmash. Okay. Okay. Ja. Äh, jedenfalls ist es hier even. Mhm. Das Splashmash schafft es hier grad nochmal auszugleichen. Und hat hier grad das Schwert in der Hand. Okay, lässt es fallen. Macht ja auch immer relativ spezielle, interessante Sachen mit dem Schwert. Hm. Oh, oh. Aber hier. Worst-Case-Szenario, da einfach wegge-smasht zu werden. Einfach stocklich. Das ist crazy. Das ist crazy. Okay. Und jetzt gibt es. Oh, zu dritt wär auch crazy. Eine flüssige Transition. Tuff. Skatmaster 12. Yeah. Danke, Mr. Theo. Danke, Theo. Danke, Mr. Theo. Skatmaster 12 ist hier. Skatmaster 12. Hallo, hallo, hallo. Cool. Was geht ab, Digger? Ich weiß auch nicht, was meine Mom sich dabei gedacht hat, mich so zu nennen. Aber es ist cool. Was geht ab? Okay. Was sehen wir hier? Wir sehen hier mittlerweile ein sehr eindeutiges Match derzeit. Zumindest eine eindeutige Führung von Beigel und Meigel. Loser Finals, ja? Jawoll. Loser Finals. Ich glaube, das vorletzte Set haben wir das hier auch schon gesehen von den beiden, ne? Das kann sein. Da war doch mal ein E-Hein Reverse 3-0 für Beigel und Meigel. Verstehst du? Ja. Wie schießt das? Doch, doch, doch. Okay, Amsmash. Kann man das schon mal machen hier, ne? Schon leicht gefährlich, aber kann man machen, Digger. Schon gefährlich, Digger. Oh, die Nair, die Nair, die Nair, die Nair. Die Nair? Sehr gespannt hier. Wow. Aber Splash Match hier noch mal, der willst du noch mal wissen, ne? Ist sehr spannend, ja. Sehr spannend. Der willst du noch mal wissen hier. Der willst du noch mal wissen. Der willst du noch mal wissen. Okay, okay. Und die Dose auf seinen Kopf. Aber zugemacht. Die Dose auf seinen Kopf. 6, 6, 9, 6, 9. Kann man das schon mal machen hier, ne? Dose auf seinen Kopf, das kommt schon mal vor. Auf den Kopf gekneit. Kommt schon mal vor. Kann schon mal vorkommen, ey. Guck mal. Kann schon mal vorkommen. Aha. Das geht ab, Leute. Seid im Stadion. Alle da oder was hier, Alter? Alle da oder was? Alle da oder was? Schreibt mal Lärm. Schreibt mal alle Lärm in den Chat. Schreibt mal jetzt hier. Lärm machen. Das war ja auch so schön kalt. Das war ja auch Winter. Also hier ist auf jeden Fall hot, hot. It's getting hot. Richtig hier, Alter. Aber ey, so muss sein. Schön reinschwitzen. Ihr kennt den Drive. Tantas schon mal vorbei, Lärm. Ja, das ich finde. Gogo. Gogo! Gogo! esqueleto! Gogo! Josie ist Island! Damit wir sj!" Mensch konservat, nicht? Score! Zwergükaru. Fl keluarganz! Er teen engler. Er istia. Jag Rebel. Mag pi начator da gekommen. Smasht? Smasht? Brainfreeze, kennst du? Das ist die Hitze, Leute, das ist die Hitze. Okay, okay. Also die Stage hat sich hier der Splash-Mage. Was meinst du, warum der Schieß? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, warum. Ich weiß nicht. Irgendwie, vielleicht nach oben. Ich weiß auch nicht. Vielleicht mit seinen Psyche Feuerflames, da weißt du? Feuerflames! Wie er es nochmal heißen, ja. Feuerflames. Hat auf jeden Fall auch viel Platz, so, ne? Dann kann er seine Sachen rausballern. Party on the ball! Party on the ball! Party on the ball! Weißt du, war das hier gut? Mit der Fähr in die Dose rein. Splash-Mage! Ja, ja, ja. Einfach Framed Traps. Aber auch echt ein Panic-Air-Dodge irgendwie. Irgendwie schon, ja. Aber... Aber das ist halt crazy, deswegen, ich verstehe den Matt nicht so ganz, weil er weiß, er kann halt, wenn er dann Central Stage hat, auch richtig schön... Schottenkneck! Ash-Crafts machen und so, Schottenkneck! Ja, genau! Verstehst du? Also macht er gut und hat er gerade auch gut umgesetzt. Das passiert. Oh, artiges Schwert! Oh, artiges Schwert! Oh! Oh, das war knapp, Digga! Oh, Perry, Perry, Perry! Oh, der kommt rauf! Oh, durch die Dose und alles durch Schwerten einfach! Super-zackig-Schwert! Zackig-Schwert! So sagen wir das. Einfach zigzag! Oh, das führt auch schon wieder! Zicky-zackig, zicky-zackig! Oh, und Splash-Mage steht auch hier! Wow, wow, wow! Oha! Was geht ab? Außen nichts kommt er hier... Außen nichts! Helft ihm kommen, oder? Aber Dings hier, ne? Wer ist aber Dara-El, Digga? So schnell Schaden! Dara-El ist schon brutal! Dara-El ist crazy! Oh, Kandel! Oh, Kandel! Oh, Kandel! Du musst schon reisen! Boah! Alter, sowas von weg! Alter, und in Führung! Und zwar sowas von! Ah, da muss... Overtake! 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 Oder Beige! Weißt du, heute den heftigen James Bond look... Oh! Oh, nein! Wollte machen, wollte machen! Hätte getroffen, hätte überlebt, weißt du? Weiß ich nicht. Doch, 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 doch! Weil... Hätte ihn getroffen... Ja, dann wäre er ein bisschen nicht so tief geflogen, weißt du, wenn er ihn getroffen hätte. Und er hätte... Wall, Jump, Back, Abi, und dann wäre er drin. Aber das verstehen Leute wie du nicht. Aber ist okay. Deswegen bin TeacherSketty12 hier. Ich erkläre euch alles, wie das geht. Wollen wir eine Coaching-Session? Ich hätte das keine Ahnung, Alter. Nur 100 Euro, 10 Minuten Coaching-Session, Alter. Kommt am Start hier. Ich schreib mal in den Chat, ob er überlebt hätte oder nicht. Ich komme auch 20 Minuten später. Überlebt oder nicht überlebt. Aber ich bin mir ganz sicher, dass er gewonnen hätte. Das ist eure Einschätzung. Ich glaube nicht, dass er überlebt. Doch, 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 doch. Nein, du hast keine Ahnung. Er hätte locker gewonnen. Hätte ihn getroffen, hätte er überlebt. Doch, doch, doch. Er hat keine Ahnung hier. Hey, er hat keine Ahnung. Hey, Chat. Ich bin mir sehr wahrscheinlich. Und dann tisch. Ich bin mir ganz schön. Heute war ich jetzt bei uns. Und das ist meine Ahnung. Und gleich, ich bin ganz schön. Ey, 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 ey. Ey, watch out, wem du dazwischen gehst, okay? Wenn ich grad so Riella singe. Okay, Flashmatch. Das ist auf jeden Fall der beiste Stage hier. Wieder mit seiner Musik. So tot, Digga! Aha, er macht ja mal dieses... Ruka KMH Elektrosik. Cross to what water, Digga. Krank, Digga, das war so tot. Da wär auch schon bei 60 tot. Sehr spannend, da steht übrigens 1 zu 1 hier. Alter, Flashmatch steht auch jetzt. Ich weiß, du musst jetzt nicht irgendwas überlegen. Der muss so kurz wie er in seinen japanischen Wurzel rumgraben, aber... Ja... Seht's, würde ich mich jetzt hören. Ist auch nicht, Digga. War ja auch nur Urlauber, aber muss sich was überlegen jetzt. Oh, er hat ja einen Stock geholt hier, und es sind beide wieder even hier. 2 2 Sucks in 1 1 Games. S5 Endicat 25. 21, 21, 21, 21, 21. Thunder, Thunder. Okay. Uh, Alter, die Schwerden ballert doch so rein, ne? Zack, die Schwerden. Zack, die Schwerden. Zack, die Schwerden. 2 1, 21. Oh, da unten. Oh, ja, die Dose rein, ne? Nette Recon. Ja. Hey, watch out, watch. Say's okay. Scary Situation jetzt für den Duck Hunt. Scary, scary. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Perfect landing and kill this. Da hast du gedotcht. Yeah, da hast du gedotcht. Da hast du gedotcht von diesem Auto. Oh, und ab her. Oh. Oh, Dose hat auch kopfgefallen. Oh. Oh, Dose hat auch kopfgefallen oder was? Oh, oh oh, oh, oh. Oh, die Angst. Super handy. Okay, Arnold. Okay, okay. Ich muss hier ein Baseball-Shade! Und Upsmash! Kein guter SDI! Ich muss checken diesen Gaga irgendwie. Boah, Upsmash! Okay, jetzt auf jeden Fall wieder Even. Beide. Nice! Wie ist der Combo aber? Nice, der Combo hier. 42% an Dara in AKL. Okay, okay. Boah, die Gunmen. Genau, dieser Pistole. Gunmen. Boah, da geht Splash ist ziemlich aggressiv gerade vor. Ja, Splash versucht irgendwie diese Dose mit irgendwelchen Aerials zu skippen und einfach aus dem Weg zu kriegen. Aber that's not the way I... Oh, 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 oh! Man darf nicht gegen Jump, man hat das gerade ganz gut gesehen. Uh, ja, das ist auch Saber-Grab. Okay, okay. Das ist eigentlich schon wieder sehr Even. Boah, Budfire. Uh, ja. Budfire. Oh, ah, 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 ah. Das ist Hotfire. Oh, aber nicht hier. Oh, hat er auch so gut an der Kante. Oh, okay, okay. Und Splashmash hier jetzt. Das ist sehr wichtig, wer sich jetzt Stage Control. Iiii, dieses Match Hold ist sehr wichtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist wirklich wichtig. Es entscheidet sehr. Oh, schöne Brose. Ja, das ist wirklich sehr spannend hier. Beide fast auf 100 Prozent. Beide hier. Also alles noch drin. Oh, schöner Grab. Oh, schöner Grab. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Und Hör. Einfach gunman, Digga. Gunman, verstehst du? Gunman, Digga. Gunman. Versteht ihr? Gunman, einfach. Fiese Basuka. Ford. 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 Jetzt könnt ihr wieder lauter drehen. Und? Saai wieder da. Und? Saai wieder da, Aula. Schau mal, wie fand ihr unsere Gunsounds? Das Thema? Gunsounds rein. Ja, crazy, crazy. 2-1, wichtiges Ding. 2-1 für Beißelin. Das geht direkt. Ja! Jawoll! Okay. Wir sehen uns auf Smallville mit der Musik Green Greens von Bielefeld. Keine Ahnung an dir, Maulheisen. Okay. Hey, watch, watch, hey, it's okay to the customers. Okay, und wir haben jetzt hier eine richtig schöne ... Was ist das eigentlich für eine Attacke von Clara? Jab. Jab. Jab ist auch so gut, der von dem. Das killt schon. Das killt schon. Ja. Boah, schöner Downhill. Frisbee. Ja, da, das Clashmatch überlegt gerade, wie kommt er an diesen Seilkantrand? Keine Chance. Ja, schwierig auch da durchzukommen. Gunman, Frisbee. Boah, aber diese Zacki-Zacki-Schwert, ja? Wow. Oh, ohne. Zacki-Zacki-Schwert! Ballert aber auch nicht durch. Oh, ohne. Oh, ohne. Oh, ohne. Schöner Side-Bee. Aber komplett eben, warte. Ja. Oh. Oh. Das ist ja ... Damage. Nee, das killt auch nicht. Das killt auch nicht. Oh, schade. Das ist noch nicht so geplant. Die ist schon auch ein bisschen schwerer, ne? Oh. Okay. Alles gekomert. Oh. 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 Oh, hey. Oh, fieser Gunman. Jetzt holt er das vielleicht sogar noch vorher. Ne, kein Machen. Oh, er lebt noch. Warum ist denn Dadao schon? Ja, weil ich glaube, er hat mehr Lockback als Duckhand, oder? Bei der Dose. Liegt immer noch nicht. Kann das sein, dass die Dose Duckhand weniger hittet als... Er hat einfach mehr Prozent. Okay, 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 vergesst es, Leute. Ey, Leute, vergesst es! Okay, und jetzt... Oh, die F*** wird dann kommen, muss kommen. Oh, das wird ganz, ganz schwierig. Oh, das sieht echt schwierig aus. Oh, ich triff... Oh! Ich weiß, dass wir den Sack zumachen hier. Vielleicht Smashmash jetzt auch schon ein bisschen mental... ...geknickt. Das sieht ganz schwierig. Es ist einfach auch hart jetzt, denke ich. Auch gar kein Heal beim Warnabuch. Ihr Zeugs da, das legt sich jetzt langsam auf. Ah, ne, jetzt wird jetzt. Ich hast jetzt gecheckt, Dinger. Zick-zack-Geschwert. Zick-zack-Schwert. Oh, okay. Da muss irgendwas Krankes passieren, damit Smashmash sich das noch zurückerkämpfen kann. Oh, Dose. Dose. Ui! Oh, oh, oh. Ja, beiß wird wieder ganz klug gespielt. Einfach nach hinten mit der Dose mit Gun-Männern. Ich glaube, macht... Oh. Nächsten ein, zwei Dosen. Das wird's auf jeden Fall... Nein! Und der Gun-Mann war es dann auch. Der Gun-Mann schon wieder. Schlussendlich war es dann auch der Gun-Mann. Der Gun-Mann macht's schon wieder. Der weiße dieses... Z-Beschert. Es wird jetzt Lynn, der neue Götzler oder die neue Götzler dann nachts gegeben Employee vom Und ein, verein vor?